Herzlich Willkommen zurück zu Ratchet & Clank, ja, ich habe jetzt hier schon alles möglich ausprobiert, ich habe Bomben auf den geschmissen, es kann aber auch sein, dass der erst, wenn man hier diesen Parcours geschafft hat, wir gehen aber erstmal hier einmal rum, also wenn man den Parcours einmal geschafft hat, dass man den dann erst kaputt machen kann, hier gab es sonst nichts weiter, ok, dann versuchen wir es nachher nochmal, wenn wir zurückkommen, dann erstmal hier rauf, ja und ich glaube, wenn man den Parcours, ohne einmal runterzufallen, schafft, dann kriegt man glaube ich auch, dann kriegt man glaube ich auch einen Skillpunkt, möchte ich sagen, also noch nicht ab hier, ich glaube, das zählt erst ab, das zählt erst ab hier, glaube ich, oder ab den Turm da hinten, so, mal rüber, wir gehen natürlich erstmal hier rumgucken, da gibt es ja noch einige Bulls, schaut mal da drüben, da kann ich mal von hier hinten gucken, ja, da ist der letzte Bull, der letzte Gold Bull auf diesem Planeten, den holen wir uns natürlich auch, da müssen wir auch von dem Turm hier oben rüberfliegen, sozusagen, oder runterfliegen, so, Ich glaube, man darf bloß nicht runterfallen, ansonsten, oder muss man das in irgendeiner Zeit schaffen, ich weiß das gar nicht mehr, diese beweglichen Wände sind auch Sprungspalten, springe in der Luft gegen die Wände, bis du oben bist, so, komm, fahr raus, uiuiui, nicht runterschubsen, naja, die kann man auch, so, geschafft, so, und jetzt fliegen wir, da, wo hatte ich gesagt, war das, Moment mal, äh, da unten war das, ok, ja, da müssen wir den Turm leider nochmal hoch, aber, wenn man die haben will, direkt auf den Gold und wir haben ihn, yeah, wunderbar, so, so, dann gibt es ja hier noch natürlich, massenweise, Golds, die wir alle mitnehmen, die wir alle mitnehmen, wunderbar, wunderbar, da war auch nichts mehr, so, jetzt müssen wir leider wieder, mit Taxi zurück, ich hätte jetzt auch hier runter springen können, ähm, aber, so seht ihr, wie ist noch ein bisschen was von der Stadt hier, da, mal noch ein bisschen gucken, ja, das ist das Blöde, dass man jetzt nicht da oben jetzt direkt hingefahren wird, nein, man wird direkt hier vorne zum Schiff gebracht, aber es ist ja nicht so schlimm, wenn ich jetzt runter gesprungen wäre, also, tot sozusagen, dann wäre ich hier unten wieder gelandet, genau, hier, ich hoffe mal, der geht noch kaputt hier, ja, wir versuchen es einfach nachher nochmal, also, ich möchte sagen, dass ich den, äh, damals, äh, kaputt gemacht habe, oder, so, Das ist nur, also es wird langsam immer besser. Wollte ich damit sagen. Nein! Ja, das kann auch passieren. War jetzt meine Schuld. Also ich glaube zumindest, entweder hat man hier nur eine gewisse Zeit, oder... Oder das ist jetzt, oder man muss den einfach nur, ohne einmal runterzufallen, schaffen. Aber sonst kommt man ja nicht hoch, ist ja klar. Warten wir hier eben mal kurz. Habe ich ja eigentlich auch schon beim ersten Mal geschafft. So, jetzt sind wir hier wieder oben. Und überall, jetzt kriegen wir gleich auch noch was Schönes. Hör zu, ihr Weicheier! So was Erbärmliches wie euch habe ich auf dem Hindernisparcours noch nie gesehen! Wie bitte? Wir sind ganz durchgekommen, Ma'am. Ja, aber ihr wart schlecht, schlecht, schlecht! Zu meiner Zeit habe ich solche Strecken zum Frühstück gegessen! Bestimmt nicht nur die. Wenn es nach mir ginge, würdet ihr beiden üben, üben, üben den ganzen Tag. Aber irgendwie habt ihr diesen Spinner, Captain Quark, beeindruckt! Captain Quark weiß von uns? Aber sicher! Und schlimmer noch, er sagt, ich soll euch für diese lächerliche Leistung einen Preis geben! Cool, was denn? Ihr bekommt einen Schwunghaken, damit ihr hin- und herschwingen könnt wie kleine Insekten! Na dann, her damit! Nicht so schnell! Ihr zwei habt heute meinen Hindernisparcours beleidigt und deshalb müsst ihr bezahlen! Aber das ist unser Preis vom Captain! Das ist nicht fair! Zu schade, das Leben ist hart! Ja gut, 1000 Bulls können wir gerade so noch entbehren. Cool! Ich könnte wetten, Captain Quark benutzt solche Sachen den ganzen Tag! Ah! Echte Männer kommen ohne dieses alberne Spielzeug in Schwung! Ah! Ihr zwei macht mich krank! Das ist halt ein Schwein. Weil es gerunzt hat. Das ist gar nicht. Da unten lagen ja auch noch Bulls. Gehen wir erstmal hier runter. So, hier noch ein paar. So, hier noch ein paar. So, hier noch ein paar. Haupts! Nein! Nein! Was mache ich denn? Ähm, wie war das jetzt nochmal? L1! Achso, den kann man ja auch rauswählen. Ja, genau! 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 Ja, L1! Nur bin das jetzt nicht sicher! Und jetzt versuchen wir nochmal die Figur da platz zu kriegen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die kaputt machen konnte. Komm! Komm! Ich bin mir ganz sicher. Ja, weil jetzt hecht er auch nicht mal an, dass man mit ihm sprechen kann. Okay, kaputt. Demniger. Hm, dann wird's ein Steinkriegner doch nicht kaputt. Also war ich mir so sicher, dass man die kaputt machen konnte. Ja, wir hören gleich auf. Ich war mir jedenfalls sicher. Das war schon über ein Jahr her, aber... Na egal. Oder brauchte man dazu... Vielleicht Granaten. Er wohl auch nicht. Oder... Diesen hier. Ne, er wohl auch nicht. Na, ist egal. So. Mal den Schwunghaken. So, hier gab's ja nix außer Munition. Genau. So, dann könnten wir jetzt eigentlich zurück auf den Ehenplaneten, wo wir nicht weiterkramen. Ja, machen wir auch. So, hier haben wir jetzt, ähm, drei von drei Bulls und alle Missionen erfüllt. Ähm... Ja, das Sägewerk wäre das nächste. Äh, hier sind wir ja... Ne, da mussten wir ja den Preis hinbringen. Aber hier zum Anfang war das doch gewesen, ne? Äh, lass mich mal kurz überlegen. Ne, das war hier gewesen. Klar. Und hier fehlen auch noch drei Bulls. Hm. Ich will immer mit Kreis zurückdrücken. Das ist das. Da konnten wir doch dann nur in die eine Richtung. Genau da vorne. Aber ich bin grad am überlegen. Hier fehlte nämlich noch ein Bulls. Genau. Gehen wir mal hin. Ja. Dann werden wir ja sehen, ob es ein Fehler war oder nicht. Das war doch hier gewesen. Ja, und wenn nicht, haben wir noch mal schön viel. Ach, jetzt ist hier auch eine Brücke. Cool. Also, hier müssen wir ja auf jeden Fall, äh... Die Feinde sind jetzt gar nicht mehr da oder sind jetzt nur noch diese anderen? Ach doch, sie sind noch da. Zack, zack. War hier nicht ganz einer? Mal überlegen. Man kann hier den ganzen Bulls, hier kann man alle noch wieder mitnehmen. Das hat er mich doch tatsächlich noch erwischt. Das ist eine kleine Ratte. Jetzt haben wir nämlich schon wieder über 9000. Jetzt haben wir die 1000 schon wieder raus, die wir vorhin bezahlt haben für den Haken. Und jetzt haben wir der ganze Zeit, wie sie sich den ganzen Bulls anziehen können. unter wasser damit wir gegen die strömung ankommen auch noch so ein Düssel komisch dass der dann nur in die Richtung schießt das war hier doch gar nicht ach das war doch auf dem anderen Planeten naja haben wir hier wenigstens ein bisschen ein paar Bulls eingesammelt da kann man ja nicht von genug haben dann war das doch auf dem zweiten Planeten wo wir noch gar kein Gold hatten also gar kein Gold ich will da hinten aber nochmal die Munition und hier auch noch mehr es lohnt sich schon ich glaube einmal hier durchlaufen hat man wieder über 1000 zusammen oh ja wir müssen wieder so fliegen jetzt haben wir auch wieder alle Leben zusammen ich weiß dass ich einen Schlitten haben muss aber brauchen wir gar nicht mehr so die noch dann sind wir hier wieder weg und schaffen wir die 1000 noch na die 10.000 leider nicht schade aber vielleicht ja doch noch oder vielleicht ja doch noch oder vielleicht ja doch noch ich denke da noch mal auf die wir vergessen hatten Was ist ein Einer? So, da müssen wir auch noch welche, ich will jetzt unbedingt die 10.000 vollkriegen, gehen wir aber hier rein, jetzt haben wir die 10.000, yeah, so. Okay, fliegen wir noch schnell zu den anderen Planeten, und zwar war das der hier, ja, hier müssen wir zwar hin, wenn wir erst diesen, ach ja, Schwunghaken benutzen, ja, das haben wir doch, den Schwunghaken, dann fliegen wir da rein. Ach, das war hier mit die Sandteile, stimmt, stimmt. So, da drüben, seht ihr, da drüben ist nämlich auch noch ein Goldpult, da, hinten. Aber ich mache jetzt hier mal erst einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Watsche und Lenk, und vielen Dank fürs Zuschauen.